Hallo Leute, ich habe mir Persona 5 bestellt. Und wollte dementsprechend einfach mal fragen, ob ihr das Ganze sehen wollt oder nicht. Der ein oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich so fragen, what the fuck, was zur Hölle ist Persona? Wenn ich Persona bei Amazon eingebe, bekomme ich Verhütungsmonitore zu sehen, what the fuck. Daher ein paar kleine allgemeine Informationen. Seit dem dritten Teil der Serie ist es quasi eine Mischung aus Pokémon, Sims und einem typischen Rollenspiel. Das heißt, dass man seit dem dritten Teil, also im dritten, vierten und nun fünften, quasi 70% des Spiels übermachen kann, was man will. Sprich, man kann den ganzen Tag für die Schule lernen, man kann Dates machen oder man kann die ganze Zeit mit Monstern kloppen. Und das wirkt sich dann natürlich auf das Spiel aus. Also sprich, man hat da sehr, sehr viele Entscheidungsfreiheiten und man hat lediglich in Anführungsstrichen nur eine gewisse Grundthematik, die die Story dann letzten Endes leitet. In Persona 3 ging es beispielsweise in erster Linie darum, um Verlustängste, um die Angst, gewisse Sachen zu tätigen, dass man sich halt selber überwinden muss, sich seinen Ängsten stellen muss. Das sieht man beispielsweise am besten daran, dass die Leute sich bei Persona die Kugel geben, um ihre Kräfte zu aktivieren. Bei Persona 4 ging es darum, nach vorne zu schauen, an die Zukunft zu denken. Und bei Persona 5 soll es jetzt darum gehen, dass man Zeuge wird, wie eine Frau vergewaltigt wird, man diese Vergewaltigung verhindert. Und das Ganze dann aber durch die Gesellschaft irgendwie so gedreht wird, dass man letzten Endes selber die Schuld kriegt. Also so ein typisches gesellschaftliches Szenario, welches mir unter anderem auch schon mal ähnlich passiert ist. Also es ging da nicht um Vergewaltigung, aber es ist oft in meiner Vergangenheit passiert, dass ich Sachen schlichten wollte und dann im Endeffekt die Arschkarte bekommen habe. Und so wurde dann das Spiel quasi vorangetrieben, dass du halt Student bist, der in seiner Freizeit machen kann, was man will. Und parallel versuchst du dann natürlich gegen diese Gesellschaft anzukommen. Du versuchst deine Namen reinzuwaschen, du versuchst die korrupte Gesellschaft zu stürzen, beziehungsweise dann eben halt wieder gerade zu biegen. Und um euch die Tiefe dieses Spiels etwas näher bringen zu können, habe ich jetzt mal hier eine kleine Szene eingeblendet. Und zwar ist es ja schon so, wie ich gesagt habe, dass dieses Spiel Pokémon Aspekte hat. Sprich, man sammelt da Personas, also man kämpft gegen Gegner und diese Gegner kann man besiegen oder für sich gewinnen. Und wenn man sie für sich gewinnt, hat man deren Fähigkeiten. So Pokémon-typisch, Wind, Feuer, Wasser, Eis, was auch immer. Jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und dann gibt es diesen sogenannten Velvet Room, den ihr hier im Hintergrund seht. Und in diesem Velvet Room kann man unter anderem seine Personas miteinander fusionieren. Und das Ganze sieht jetzt hier in Persona 5 nicht so aus, weil hey, es ist Japan und es ist abgefuckt. Sondern es sieht wohl tatsächlich so aus, der Raum sieht so aus, weil der Hop-Charakter selber ja für eine Straftat verantwortlich gemacht wurde, die er nicht begangen hat. Und der hat natürlich Schuldgefühle und möchte das Ganze klären. Sprich, diese Fusion sieht nur so aus, weil er quasi Schuldgefühle gegenüber seinen Personas hat. Ja, dass er quasi diese Fusion als eine Art Hinrichtung sieht. Das ist nun mal so, um euch das Ganze, um euch zu zeigen, wie tiefgründig das Ganze ist. Also, wie bereits erwähnt, kann man sehr, sehr viel in dem Spiel machen. Wir können beispielsweise den ganzen Tag lernen, studieren für die Schule und können damit gewisse Kontakte knüpfen, die wir nicht knüpfen könnten, wenn wir nicht lernen würden, weil wir dann zu dumm wären. Wir könnten auch die ganze Zeit boxen gehen, beispielsweise könnten unsere Fitness trainieren und hätten dadurch wieder die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu interagieren, die uns nicht ernst nehmen würden, wenn wir keine Muskeln hätten. Ähm, und man kann natürlich mit den ganzen storyrelevanten Charakteren interagieren, was dann im Endeffekt dafür sorgt, dass sie besser im Kampf sind. Also, bei den anderen, bei den vorherigen Personateilen war es beispielsweise so, dass wenn ich, was weiß ich, mit einem bestimmten Mädchen sehr, sehr gut befreundet war, hat sie mich im Kampf verteidigt. Weil bei den Personanspielen ist es so, dass wenn der Hauptcharakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Und dadurch, dass ich quasi diese, diese Beziehung geknüpft hatte, hat mich dieser Charakter unter anderem sehr, sehr oft vor dem Game Over bewahrt. Er hat sich quasi für mich geopfert. Das ist immer so. Ja, falls ihr mehr dazu hören wollt, mache ich auch gerne noch ein ausführliches Video. Ich wollte das jetzt möglichst kurz halten, damit auch möglichst viele Leute Bock haben, sich das anzuhören. Ich würde das, äh, wenn viele, viele Leute Bock drauf haben, ganz, ganz gerne streamen. Und dementsprechend würde ich mich einfach mal freuen, dass ihr euch da, äh, dass ihr da was in den Kommentaren dann mal hinterlassen würdet, wenn ihr Bock auf Gesellschaftskritik, äh, Tiefgründigkeit, äh, und Psychologie habt. Ja, also da dementsprechend einfach mal runterschreiben, ob ihr Bock habt oder nicht. Wenn ihr Bock habt, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr unterschreiben würdet, zu welchen Zeiten ihr dann in dem Stream sein könntet. Dementsprechend werde ich dann natürlich die Streamzeiten legen. Ähm, wichtig ist nur zu wissen, dass wenn ich streame, werde ich mindestens drei Stunden streamen. Und je nachdem, vielleicht auch länger, je nachdem, äh, wie krass mir das Spiel letzten Endes gefällt und welchen Schwierigkeitsgrad ich nehme. Also ich hab tatsächlich vor, das eventuell auf schwer, beziehungsweise gleich auf Profi zu spielen, weil ich ein sehr guter Personaspieler bin. Also da könnt ihr dann auch nochmal runterschreiben, ob ihr das befürworten würdet, ob ihr sagen würdet, jo, ey, ich glaub dir, du kannst das und so, mache mal. Oder ob ihr da nicht sagen würdet, jo, nee, mach mal lieber auf normal oder so. Ne, also ihr könnt da sehr, sehr viel mitentscheiden. Ihr könnt mitentscheiden, was soll ich an welchem Tag machen? Soll ich, soll ich kämpfen gehen? Soll ich trainieren gehen? Soll ich mich mit irgendwelchen Typen treffen? Soll ich meine Beziehungen stärken? Soll ich für die Schule studieren? Also da kann man wirklich ganz, ganz viel interagieren. und dementsprechend würde es mich einfach mal freuen, wenn ihr da diesbezüglich was runterschreiben würdet. Das Spiel kommt morgen an, sprich ihr habt ca. 24 Stunden Zeit und dann, ja, spiele ich das entweder für mich oder ich streame. Alternativ könnte man natürlich auch noch sagen, dass ich das Ganze let's playe, aber dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich das Spiel durchspiele und dann das 2-3 Monate hochlade. Beziehungsweise ich würde vielleicht das auch so machen, dass ich, ähm, was weiß ich, 3 Stunden am Tag spiele und dann 9 Videos hochlade und dann am nächsten Tag wieder welche oder so. Also da müsst ihr dann halt entscheiden, wie wichtig euch das ist. Geht es euch in erster Linie darum, dass ich das Ganze kommentiere oder wollt ihr das Spiel mit mir gestalten? Wenn ihr das mit mir gestalten wollt, ist ein Livestream gut. Wenn ihr in erster Linie meine Meinung und meinen Kommentar zu diesem Spiel hören wollt, dann ist ein Let's Play besser. Und wenn euch das Ganze am Arsch vorbeigeht, dann spiele ich das halt für mich, ja. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan und, ähm, da die meisten Leute aus unbekannten Gründen, ja, immer neue Spiele sehen wollen und das gerade passt, wollte ich das einfach mal zur Alternative stellen. Sollte das überhaupt gar keine Aufmerksamkeit kriegen, weder positiv noch negativ, wird es das letzte Mal gewesen sein, dass ich ein aktuelles Spiel, äh, zur Stream- bzw. zur Let's Play-Verfügung stelle, ja. Weil dann, dann weiß ich echt nicht mehr weiter, Leute. Das ist jetzt das ideale Spiel. Das ist eine einmalige Gelegenheit, ja. In diesem Sinne, bis, äh, bald vielleicht. See ya!